So, hallo zum Mittag, willkommen zu einer Folge von Arkvalgoere und wow, was läuft denn darum? Ein Mammut! Mensch, das müssen wir ja auch nochmal zähmen. Aber ja Leute, es ist wieder so weit, letztes Mal, was haben wir da getan? Ja, wir haben tatsächlich ein Babykrokodil gezähmen. Da hab ich ja auch fleißig einen Namen in den Kommentaren geschrieben. Das heißt, da werden wir gleich auch nochmal hingehen, denn das Babykrokodil ist an einem ganz, ganz besonderen Ort erwachsen geworden. Ja, es ist mittlerweile schon ein erwachsenes Krokodil. Mit sehr, sehr guten Stats kann ich euch gleich mal zeigen. Aber Leute, es gibt erstmal etwas anderes, was ich euch zeigen muss, denn wir sind hier nicht alleine unterwegs. Ich hab euch ja vor einigen Folgen, ich glaub, es war sogar in der letzten Folge gezeigt, dass wir hier Besucher haben. Beziehungsweise Nachbarn. Und diese Nachbarn sind auch tatsächlich gerade online. Ich bin natürlich nicht bewaffnet. Ich dachte mir so, ohne Waffen, ich geh einfach mal hier vorbei. Und ihr seht schon hier, der Engel. Dort ist er. Na ja, läuft zwar nicht rum, aber ihr seht schon hier, der hat hier seine Base. Er hat sich hier Mammuts gezähmt, hatte sein Gateframe, seine Spikes, aber er ist weit und breit nicht zu sehen. Wo er sich jetzt genau rumtreibt, das wissen wir nicht. Aber wir werden auf jeden Fall später nochmal da vorbeischauen. Zumindest ist er nicht in unserer Base. Das ist schon mal gut. Ich hab jedenfalls keine Nachricht bekommen, dass meine Dinos gekillt werden. Ich vermute auch, dass er eher ein friedlicher Spieler ist. Jedenfalls hat er mich noch nie in irgendeiner Weise attackiert. Das ist schon mal ganz gut. Genau, ich hab jetzt auch erstmal ein bisschen weitergefahren mit unserem Ankylo. Und das heißt, wir haben jetzt erstmal genug Materialien, um unsere Verteidigungssituation ein bisschen zu verbessern. Und er ist auch schon heute. Unser Dinosuchus Level 204. Genau, letzte Folge war er noch ein Baby. Mittlerweile ist er richtig groß geworden. Genau, und männlich natürlich. So, und diesen, genau, Dinosuchus werden wir dann auch gleich mal, genau, hier stehen lassen. Der beschützt dann quasi uns hier oben. Und dem werden wir dann auch einen Namen geben. Genau, und da hat der liebe Alexander 03 geschrieben. Ascalter, nenn ihn doch Schnappi. Und ich dachte mir, hey, Schnappi, das ist doch ein witziger Name. Nennen wir ihn doch einfach so. Also, mein lieber Freund, so, der liebe Schnappi. Genau, und ich wurde auch gefragt, dann, Ascalter, wie kann man denn eigentlich mitmachen? Und genau, ich hab's ja mal in einer Folge erwähnt. Tatsächlich kann aktuell jetzt jeder mitmachen. Also, ihr müsst einfach, genau, schreibt mal in den Kommentaren, Daumen nach oben. Und dann geht einfach mal auf den TeamSpeak, ascalter.de. Und dort könnt ihr dann, genau, wird euch dann weitergeholfen. Na, oder ihr guckt einfach mal in die Beschreibung. Genau, und da kann aber auf jeden Fall jeder mitmachen. So, und jetzt aber erstmal zurück zum Thema. Denn, ihr könnt schon hier sehen, unser Tor wurde aufgesprungen. Genau, Thanos sagt sich so, yo, ich spreng einfach mal ascal das Tor weg. Das ist ein großes Problem, denn so kommt nun jeder rein. Ich hab zwar ein paar kleine Bärenfallen aufgestellt, aber das bringt leider auch nicht viel. Ja, von daher müssen wir jetzt wirklich unsere gesamten Strukturen nochmal erneuern. Und natürlich auch neue, weitere Strukturen bauen, ne. Genau, müssen wir jetzt erstmal schleunig ans Werk machen, ansonsten haben wir nachher ein großes Problem. Ne, und das, genau, unseren Kralle geht's auch gut. So, nichts wie rein in die gute Stube. So, und, na, das war knapp. Ich bin ja immer noch fleißig am Metall schmelzen, aber wir haben immer noch nicht genug, Leute. Ne, schaut euch das an, das ist das Reich noch lange nicht. Ne, was ist denn das, wo will man denn nachher damit hin? Okay, jetzt bin ich auch gerade überladen. Das heißt, restlichen Metall müssen wir dann irgendwie, ja, anderweitig laden. Oder aber, Leute, wir schmeißen erstmal den Generator an und craften nun das, was ich schon vor so langer Zeit craften wollte. Nämlich die guten alten Auditorals. Und davon würde ich sagen, craften wir auch gleich mal zwölf Stück, ne. Wir können zwar ein bisschen mehr craften, aber man soll ja klein anfangen, Leute. So, dann können wir nämlich jetzt auch gleich wieder das ganze Metall hier aufheben und dann nach und nach wieder rein, beziehungsweise nachpacken. Da werden wir so viel hier an Metall, Leute, das ist ja unglaublich. Genau, das können wir alles hier reintun. Auch, na, Fetch brauchen wir nicht, das können wir eher hier in die Schmiede reintun. Genau, da craften wir schon vor sich hin. Und ich habe auch tatsächlich hier schon ein bisschen was vorbereitet. Ihr könnt schon hier sehen, in der Verteidigungsbox, da stehen unter anderem hier das hier, meine Freunde. Ne, etwas, wo ich mir auch lange überlegt habe, okay, lohnt sich das jetzt oder nicht? Ne, sollen wir das wirklich machen? Aber ich dachte mir, okay, Freunde, es ist notwendig. Wir brauchen ein gutes Tor, denn das alte wurde einfach so zerstört. Und das hat nicht viel gekostet, um das zu zerstören. Von daher, Freunde, dachte ich mir, okay, wir werden das jetzt hier mal ordentlich sichern. Ne, und mit diesem Tor sollte dann es auch ein bisschen schwieriger sein, hier reinzukommen. Das ist zumindest nachher der Plan. So, Leute, schaut es euch an, ein richtiges Metalltor. So, wo soll es dann schnell später rein? Und ich würde sagen, wir stellen es einfach hier rein. Ne, da, wo es auch vorher quasi stand. Und da muss dann nur noch das Metalltor rein. Und schon, Leute. Okay, das geht nicht, Leute. Ähm. Ja. Und das Problem ist, wir müssen eventuell das Steintor zerstören. Das wäre natürlich schade. Denn im Grunde, ähm, steht das da eigentlich ganz gut mit das Metalltor, ne? Das bietet quasi zusätzlich einen Schutz. Und ich würde gerne ein doppeltes Tor nehmen, weil das Tor jetzt abzubauen, das hat nämlich allein schon sehr, sehr viel Materialien gekostet. Naja, sehr, sehr viel Stein. Das jetzt auch noch abzubauen, wäre natürlich jetzt ärgerlich. Aber das muss man halt eventuell machen. Na gut, wir probieren es dann noch einmal, Leute. So, wir stellen jetzt jetzt... Oh, ja, jetzt steht der Argy im Weg. Genau, wir müssen sowieso nachher hier gucken, was wir nachher alles noch alles bauen müssen. Genau, Leute. Ja, Leute, ich glaube, es führt keinen Weg dran vorbei. Wir müssen halt wirklich eben das Tor zerstören. Das ist halt jetzt sehr, sehr schade, weil es sehr, sehr teuer war. Und wir halt nur noch einen Bruchteil der Ressourcen zurückbekommen. Aber gut, Leute. Ich meine, das können wir in sechs Minuten wieder aufsammeln. Guck mal, da war es, Leute. Da ist es ein Bruchstück meines Tors. Aber das muss man halt eben leider machen. Gut, ist aber auch kein Problem. Denn dadurch können wir zumindest ein neues Tor hinstellen. Und das ist es auf jeden Fall wert. Weil schaut euch das Tor an. Das wird... Warum klappt das denn nicht, Leute? Das ist ja auch so ein Ding. Wieso klappt das jetzt nicht? Sagt jetzt nicht, wir haben das Tor umsonst abgebaut. Das könnte nämlich sein. So, erstmal... Genau, aufpassen, man hat ja auch nicht viel Zeit. Weil man nämlich das... Ja, wenn wir dieses Tor jetzt demolischen müssten, das wäre zu teuer, doch. Dann können wir nämlich kein neues craften. Also könnten wir theoretisch schon, aber das wäre viel zu schade. Bei dem müssen wir jetzt wirklich sehr gut aufpassen. Hast du schon gesehen, da vorhin hat es leider nicht hin gepasst. Dann müssen wir hier mal schauen. Ja gut, das bringt natürlich niemanden was. Ich stelle dir mal vor, hier passen einfach nur keine Metalltor rein. Das wäre natürlich jetzt sehr blöd. Wobei eigentlich, warum sollten wir hier keine Metalltor reinpassen? Wenn hier Steintor reinpassen. Genau, erstmal hier den Check. Hier sieht man schon, hier kommt man einfach so durch. Dann ist das schlecht, Leute. Und das muss man jetzt zigmal machen, bis das eben klappt. So. Genau, mal gucken, ob das Tor so reinpasst. Und das... Aber warum will das denn da nicht rein? No Snappoint? Ach, das könnte jetzt sein, dass es wegen diesen Dingern hier nicht funktioniert, ne? Na gut, werden erstmal die hier alle... Genau. Muss ich sowieso alle aufsammeln, weil sonst trete ich dann nachher selber rein. Ähm, das hat noch... Genau. Lieber nochmal aufheben. Genau, wieso funktioniert das denn nicht? Ja, Leute. Anscheinend kann man das nicht wirklich sicher hinstellen. Ähm, das wird man niemals sichern können. Das ist ein großes Problem. Man kommt hier, wenn man wird hier immer durchkommen. Und ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich werde es erstmal komplett rausnehmen. Ähm, und eventuell. Weil man kann später immer noch hinstellen, weil dadurch kann man sich quasi, ja, zumindest die ganzen Racks und so vom Leib halten, Gigas, was auch immer, hier ankommen könnte. Aber, Leute. Schreibt mir in den Kommentaren, ob wir hier nachher, ja, ob wir das quasi, das Metalltour hinstellen sollten, oder lieber woanders hin. Weil ich meine, das ist halt sehr teuer, und das jetzt hier hinzustellen, ähm, ist halt eine gute Frage. Weil ihr habt ja gesehen, wie viel Platz dann nachher noch frei ist. Also wie gesagt, das ist ja gerade ein bisschen schade. Aber gut, Leute. Ähm, daran verzagen wir nicht. Ich meine, wir haben noch andere Verteidigungsanlagen, unter anderem eben jetzt die Turrets, die ja noch los müssen. Und ja, Leute, seht ihr auch schon, da haben wir jetzt, glaube ich, erstmal genug Auto-Turrets. Wenn wir die jetzt alle aufstellen, dann sieht das schon sehr gut aus, ne? Vor allem hier bei der Base ist das erstmal besonders wichtig, aber auch eben an den Eingängen, ne? Genau, mit dem Tor ist jetzt natürlich echt ein bisschen ärgerlich, aber da werden wir uns später nochmal drum kümmern. Können wir uns mal eine Turret hier hin, Leute, ne? Schön auf den Eingang gerichtet. Ne? So muss das sein. Da kommt dann später noch ein bisschen Munition rein. Ne? Das muss ich auch noch craften. Aber, Leute, ist doch schon mal nicht schlecht. Genau, dann hier noch auf die Base natürlich. So, und am besten wäre es natürlich, wenn wir jetzt noch Hedgeframes hätten, ne? Ich meine, so eine Hedgeframes, die müsste man hier noch hinsetzen, das wäre dann noch natürlich genial. Aber da haben wir leider noch keine, ne? Die sind ja auch relativ teuer. Aber können wir uns theoretisch auch noch später craften. Wobei, wir schauen jetzt einfach mal, Leute, wenn wir uns jetzt mal gucken, angucken, Hedgeframe, ne? Ich meine, wie teuer kann das denn sein nachher? Und ich meine, das geht ja, wir können eigentlich theoretisch sogar einen craften. Ich meine, das ist ziemlich teuer, Leute, aber es lohnt sich. Die sind eben deutlich besser, als wenn man es einfach so raufstellt, weil man einfach dadurch überall hinschießen kann. Aber ansonsten können die sich nicht einfach hinslegen und werden dann von den Turrets nicht erfasst. Das muss man halt eben dann auch nachher mit einkalkulieren, wenn ich hier angegriffen werde von Thanos oder wem auch immer. Genau, von daher, die kann man theoretisch dann einfach so hinstellen. Ne? Beziehungsweise sollten wir die hier wegnehmen. Dann kann man nämlich einfach so direkt vor die Base stellen. Das Gute bei den Turrets ist, die kann man nämlich einfach so mitnehmen. Da muss man halt nicht erstmal noch was anderes mitmachen. Da werden wir die einfach immer so hinstellen, Leute. Und ihr seht auch schon, das ist dann schon besser, ne? Die haben einen deutlich besseren Radius, können deutlich besser schießen und erfassen eben auch Regionen, in denen eben, ja, andere Turrets nicht kommen würden. So, Leute. Genau, so stellen wir erstmal hin und das reicht dann auch, so vier Turrets hier auf dem Dach. Die anderen Turrets kommen dann woanders hin. Ne? Zum Beispiel hier, Leute. Genau, dann haben wir noch mehr hier. Und ich glaube, das reicht dann auch erstmal für die Base. Wichtig ist halt eben auch nachher der Eingang. Dass die Base hier ist, ist ja natürlich auch wichtig. So, die ist gepowered. Dann kann man hier hinten theoretisch noch eine hinstellen. Und dann reicht das auch. Ne? Hier ist es nachher wichtig wegen unseren Babys. So, die sind dann nachher alle gepowered, sobald der Generator angeht. Dann kann man hier noch eine hinstellen. Aber ich meine, das wäre dann auch mehr als genug. Und den Rest, ja, der Rest kommt dann woanders hin, Leute. Aber wir haben jetzt hier unsere ersten Turrets. So soll das nachher aussehen. Und wir jetzt den Generator anschließen. Seht ihr? Ja, die müssen wir natürlich noch aktivieren, Leute. Da müssen wir natürlich noch hier einiges einstellen, wie zum Beispiel den Radius auf hoch. Dann die Power an. Und hier oben, seht ihr, das sind wahrscheinlich jetzt nicht alle gepowered. Da brauchen wir noch einen zweiten Generator. Wobei, nee, das klappt sogar tatsächlich. Hätte ich jetzt nicht gedacht, Leute. Wir brauchen tatsächlich keinen zweiten Generator. Das funktioniert alles tatsächlich. Wunderbar. Wir brauchen natürlich nachher noch Munition. Das wird auch noch eine Weile dauern. Aber, Leute, so soll das sein. Jetzt haben wir quasi unsere Turrets fertig. Noch ein bisschen Munition rein. Und dann, Leute, kann Thanos noch einmal vorbeikommen und wird sein blaues, ja, oder eher sein lilanes Wunder erleben. Okay, die, ah, gut, Leute. Guck mal, hier reicht es dann nicht mehr. Ähm, da hätte ich den, okay, ich könnte natürlich jetzt, ich meine, wenn es hier reicht und die nicht mehr, könnte ich den Generator theoretisch ein bisschen mehr nach hier schieben, Leute. Das wäre natürlich eine Idee, dass man den einfach umstellt. Dann würde es wieder funktionieren. Dann muss er eben so ein bisschen kreativ werden. Okay, dann eben umändern, Leute. Ja, ich meine, so wäre quasi unsere Base erstmal perfekt verteidigt. Wir würden dann nachher noch Tourist Tower hinstellen, Leute, dann ist alles perfekt. So, Kabel bräuchten wir noch. Okay, aber ihr seht schon, Leute, wir machen auf jeden Fall Fortschritte. Genau, muss man erstmal anmachen. Das Wichtigste. Und dann können wir ein Kabel craften. Okay. Genau, Outlets haben wir mehr als genug. So, dann stellen wir nämlich jetzt einfach so in die Mitte hin, Leute. Genau so. Dass man immer daneben läuft. Ähm, dann einfach das Kabel daneben. das Outlet hier hin. Und jetzt sollte es genau überall hin reichen. Easy, Leute. Dann hier jetzt einfach noch die Munition, äh, Quatsch, den Treibstoff rein und schon. Wunderbar, das hat sich gut angehört. Jetzt hier auch mal schauen, es ist alles gepowert, Leute. Dann hätten wir gleich in die Mitte stellen müssen. Genau, so ist es doch perfekt. Genau, kann man die nachher auch dann gleich, ähm, genau anmachen. Huch. Ähm, kann man, geht auch, Leute, geht alles und man kann die sogar hier sogar noch einstellen. Haben wir aber schon. Also seht schon, Leute, jetzt haben wir eine sichere Base mit Turtles. Ich brauche jetzt, genau aufpassen, nur noch Munition, aber dann wäre die Base theoretisch sicher. Was war es bei dir, Freunde? Schreibt es mal in die Kommentare und ja, wenn euch die Folge gefallen hat, gebt euch auf jeden Fall einen Daumen nach oben und ansonsten, ja, hoffe ich dann, dass wir jetzt nun erstmal ein bisschen sicherer sind und dann, ja, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Bye. Bye. Vielen Dank.